Wie fühlen sie sich? Sehr gut, wunderbar. Wie oft waren sie schon bei Movie Meets Media? Zig Mal, ich kann es gar nicht zählen, aber auf jeden Fall ein paar Mal. Welcher ist der Lieblingsstandort? Es gibt ja drei verschiedene, Hamburg, Berlin und München. Also Hamburg war ich noch nie, Berlin und München war ich öfter.